Als ich 19 war, bin ich aus Bysum weggezogen. Das erste Mal richtig weit weg von zu Hause. Doch länger als ein bis zwei Monate kann ich gar nicht weg von hier. Die Sehnsucht nach meiner Heimat ist einfach zu groß. Mein Elternhaus weckt so viele Erinnerungen in mir. Meine Urgroßeltern, das Meer, der Hafen, Orte und Erinnerungen, die in jeder Ecke spürbar sind und einfach zum Leben erweckt werden. Immer wenn ich das Reet rieche, muss ich sofort an mein Kinderzimmer denken, das direkt unter dem Dach lag. Und wenn ich nach Hause komme, immer die gleichen Rituale. Mit Mama als allererstes die Runde durch den Hafen, vorbei an Papas altem Arbeitsplatz. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen, wie ich am Fenster saß und darauf wartete, dass Papa nach Hause kam. Und das Beste war, wenn Papa frische Krabben mitgebracht hat. Natürlich direkt vom Kutter. So riecht, so schmeckt und so fühlt sich für mich Heimat an. Und für mich ist völlig klar, ich werde immer wieder zurückkommen. Denn das ist meine Nordsee. Das ist mein Zuhause. Und das ist mein Zuhause. Und dann kann ich doch hier den Kested impula kommen. Deshalb. Und das ist mein Zuhause. Huefumma! Ich muss hier... Ich muss hier Massaasen. Und das ist meinscreaming. Vielen Dank.